Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Colm. 1996 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 815 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.